Das muss man ja dann in Barcelona auch erst mal schaffen. Franka Dietsch steht schon da, die ist laut Tabelle eigentlich gar nicht an der Reihe, aber wie gesagt, man muss hier doch mit einwiegen Änderungen rechnen. Also sie stand bisher bei 5508, vielleicht hat sie jetzt ein bisschen was noch zugelegt. Ich drehe mal die Tabelle noch ein bisschen her. Also Sie sehen, nein, 5412, also es bleibt bei dieser Bestleistung. Damit liegt sie jetzt schon über zehn Meter hinter Daniela Kostian zurück. Also ich kann den Regisseur irgendwo verstehen. Ja, aber jetzt haben wir endlich mal mal ab. Und ich meine, Martina Hellmann kann man sich da auch durchaus angucken, richtig? Nicht nur von ihren Leistungen her. Sie kämpft natürlich um an die Form früherer Jahre. Vielleicht noch zwei Meter an der absoluten Spitze. Wir sehen hier 61,90 Meter. Das bisher beste Resultat bei den deutschen Meisterschaften war sie ja schon gut drei Meter weiter. Alles klar? Może Regisseur? Aber heute oben peso! Ja! Ja! Schon wenn ich die freshmanologistsiy plus an ναad. Es ist wie er jetzt. Ja! Also diese 65,12 von Daniela Kostja. Wir gewinnen immer mehr an Werten. Und bitte zeig uns noch die Resultatstafel, damit wir auch den besten Wurf von Franka noch notieren können. Und Pech hatten die Neubrandenburger ja auch im Wurfbereich durch die schwere Verletzung von Astrid Kumbanus, die ja auch ausgefallen ist für die Saison. Nachdem sie ja ganz gut begonnen hatte. Also wir sehen 60,62 Meter von Franka Dietsch als bisher bestes Resultat. Das ist auch nicht gerade so alle Welt. Also damit können wir auf jeden Fall sagen, es führt Daniela Kostja, die WM-Fünfte aus Australien vor Martina Hellmann. Und mit großem Vorsprung 65 Meter. Aber ich habe vorhin schon gesagt, das ist natürlich schon eine Weite heutzutage von guter internationaler Güte. Den Namen der einen oder anderen Werferin müssen wir dann doch schuldig bleiben. Da ist sie eben auch noch ein Stück von der 60 Meter Marke entfernt. Und dann bleiben, wie gesagt, noch die Meisterschaften. Dirk Thiele sagte schon in der nächsten Woche. Interessanterweise die Belgier haben ihre Meisterschaften erst nach den Olympischen Spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017